Alle singen dieser Tage dieses Lied Tage wie diese mit. Wir summen es mit, wenn wir den Text nicht können. Jeder Taxifahrer, und ich höre ständig im Radio, singt es begeistert mit, die Laune steigt. Ich höre es sogar, wenn das Radio ausgeschaltet ist. Ja, unglaublich. Ich glaube, es handelt sich um das erfolgreichste Tourjahr überhaupt, das sie gerade jetzt feiern, die Toten Hosen. Und hier ist der atemberaubende Frontman Campino. Herzlich willkommen, lieber Campino. Darf ich dir was zu trinken anbieten? Eine Schorle, bitte. Eine Schorle, ja. Aber du bist so oft in Wien eigentlich und in Österreich, dass du doch eigentlich auch... Spritzer, ne? Ja. Hätte gern. Aber ich habe gedacht, du als alt-Düsseldorfer... Ja, damit ich es auch verstehen kann, ja, genau. Düsseldorf, das ist ja dein Hausverein. Ja, Düsseldorf ist jetzt vom Abstieg bedroht, habe ich gelesen. Macht dir das die Laune extrem trüb? Lebst du wirklich so mit mit deinem Verein? Nein. Wenn man überlegt, wo wir herkommen, direkt eigentlich aus der vierten Liga, dann ist das immer noch eine gewaltige Höhe, die wir da hingelegt haben. Und außerdem ist die Saison nicht zu Ende. Und die haben guten Fußball gespielt. Ich bin also eigentlich immer noch ganz gut drauf. Und bist du noch aktiv? Weil ich weiß, dass ihr... Ihr wart ja wirklich quasi teilweise die einzigen Geldgeber noch von Fortuna Düsseldorf. Und ich kann mich aber erinnern, als... Ja, das war wirklich wahr. Der vierten, ja. Und ich kann mich auch erinnern, dass ihr, auch als sie in der ersten Liga noch waren, dass ihr mal Anthony Buffo gekauft habt, einen wahnsinnig guten Spieler. Und ihr habt gesagt, jeder, der den foult, kriegt es mit euch zu tun. Das ist nicht ganz richtig. Wir waren in der zweiten Liga, sind mit ihm dann nach dem Kauf aufgestiegen und waren natürlich auch interessiert, dass diese Investition erhalten bleibt. Und nicht irgendwie durch einen bescheuerten Kreuzbandriss, durch andere verursacht dann irgendwo... Naja, manche machen in Aktien, wir haben halt einen Spieler geholt und... Lieber Campino, hast du dieser Tag eigentlich Mitleid mit Uli Hoeneß? Oder ist es so, dass du dich freust, dass er sozusagen ausgeliefert wird? Es ist immer schade, wenn gute Freunde in so eine Situation geraten. Aber ganz ehrlich, mindestens so krass finde ich eigentlich den Voyeurismus von den ganzen Medien, die sich da drauf stürzen. Und letztendlich denke ich, sollte man die Leute erstmal untersuchen lassen, was Sache ist. Dass sich das zwischen einer und 100 Millionen Euro, so eine Bandbreite zur Zeit noch da präsentiert, das ist, finde ich, das können wir abwarten. Und wenn er dann für schuldig gesprochen wird, gibt es noch genug Zeit, den zu dissen. Wobei ich sagen muss, ich bin ja immer auf der Seite derer, die versuchen, das Finanzamt zu betrügen. Also da finde ich echt, das halte ich echt für ein Kavaliersdelikt. Und ich wäre an Uli Hoeneß, hätte ich auch das Geld, ich hätte es genauso gemacht. Ja, aber du als Besserverdiener, das verstehe ich, aber ich als jemand, der normal lebt, weißt du, ich bin ja darauf angewiesen, dass du Steuern bezahlst. Du machst das ja für mich, für die Sozietät. Verstehst du? Nein, jetzt mal ehrlich, hast du schon mal bei deiner Steuererklärung bewusst gelogen? Nie. Das ist mir mit der Mutter mich eingegeben worden. Das war das Erste auf dem Weg noch, bevor ich in die Schule kam, wenn es mal so weit ist, bescheißt die Steuern nicht. Und da habe ich mich dran gehalten. Aber kann man so Punk werden? Nein, aber es ist schwierig. Wie kann es um die Eins hier? Stimmt es eigentlich lieber Campino, dass du, habe ich gelesen, dass du an deinem Begräbnis als Begräbnis-Song Je t'aime haben willst? Nee, das ist eine Falschinformation. Always Look at the Bright Side of Life würde mir jetzt mehr liegen. Aber sowas ändert von Woche zu Woche. Warum ich darüber rede, Tage wie diese, wird glaube ich sehr, sehr oft gewünscht bei Begräbnissen auch. Das ist doch kein schlechter Anlass. Überhaupt nicht. Es hat My Way abgelöst, habe ich gelesen. Weiß ich nicht. Ja, das ist ja eine totale Auszeichnung für den Song. Ja, aber My Way ist auch so komisch. Du bist, sagen wir mal, du bist Kranführer oder sowas. Dann stirbst du irgendwie mit 45 an Leberzirrhose und dann spielst du My Way. Oder Josef Fritzl stirbt. Ja, Josef Fritzl spielt My Way. I did it my way. Das ist irgendwie ja auch komisch, oder? Tage wie diese hat extrem eingeschlagen. Und in eurer, kann man das sagen, zweiten Heimat Argentinien, wo ihr wahnsinnig berühmt auch seid, haben wir einen Ausschnitt, wo du Tage wie diese auf Spanisch singst. Spanisch versuchst. Auf Spanisch versuchst. Es ist ein Versuch, ich kann nicht Spanisch. Klingt und es sieht gut aus. Darf ich kurz noch mal zeigen? Ja, ja, gerne. Die Toten Hosen in Argentinien. Aber du bist fast nackt, vielleicht willst du es nicht. Ich habe da kein Problem mit. Ja, kann ich auch verstehen, warum er kein Problem damit ist. Der Mann hat echt einen guten Körper, schauen Sie selbst. Ich bin auf Spanisch versuchst. Ich habe da kein Problem damit ist. Ich habe da kein Problem damit ist. Ja, ich habe da kein Problem damit ist. Ja, ich habe da kein Problem damit ist. Tage wie diese, wie kam es eigentlich, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr gerade in Argentinien so wahnsinnig viele Fans habt. Das hat mehrere Gründe. Ich glaube Anfang der 90er Jahre waren wir das erste Mal da, kurz nach dem Zusammenbruch der faschistischen Diktatur da. Da gab es für die Amerikaner nichts zu verdienen, die Engländer waren nicht beliebt, Falklandkrieg und so weiter. Und da hat denen das nichts ausgemacht, dass eine Band irgendwo sonst wo aus Europa kommt. Und die haben sich dann in uns verliebt und wir haben uns in die verliebt. Das war irgendwo so eine Sache, die hat einfach gesessen. Und später kam dann glaube ich auch unsere Freundschaft zu den Ramons noch einmal uns zugute, denn die hatten da so einen Status wie die Rolling Stones sonst weltweit. Also sie waren absoluter Herbgötter. Und als die uns dann eingeladen haben, ihr Abschiedskonzert in Südamerika zu geben, danach sind diese ganzen Fans übergelaufen zu uns. Und die haben gedacht, die verwalten jetzt das Erbe der Ramons. Und so ist es bis heute geblieben. Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass der Papst, der neue Papst, die Toten Hosen kennt. Das weiß ich nicht. Er ist aber immer willkommen. Also wir machen da. Na, ich glaube, als der Papst noch Punk war, da ist er auch Regemist gekommen. Die Frage ist, weil ich habe gar keine Bilder vor Augen, gibt es in Argentinien Punks? Weil die haben ja alle immer so lange Haare in der Regel, oder? Ne, das ist absolut falsch. Also es gibt eine sehr, sehr harte Punk-Szene und die Leute stehen wirklich auf knallarten Rock. Und das hebt sich sehr ab von anderen Ländern in Südamerika. Und das, was du jetzt gesungen hast auf Spanisch, hast du selber verstanden? Nein. Ich habe mir das Wort für Wort übersetzen lassen. Also ich kenne natürlich die Bedeutung der Worte, aber ich habe da keinen Anspruch, dass das perfekt in Spanisch gesungen wurde. Ich möchte nur das als Geste verstanden wissen, dass wir uns im Klaren darüber sind, in welchem Land wir uns aufhalten. Und das ist einfach nur ein Handreichen von uns. Ja, und ich glaube, das haben die Leute da auch verstanden. Auch wenn das Lied vielleicht für die, vielleicht haben sie die Worte von mir nicht genau kapiert, aber sie haben, glaube ich, begriffen, dass ich versuche, Spanisch zu singen. Das reicht ja schon. Eine Geste. Ich meine, auch wenn man es hier jetzt, um es nochmal zu sagen, das Älterwerden nicht wirklich ansieht. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich das sehe, wenn das ein Körper ist, der von Drogen und Alkohol zerfressen ist, dann hätte ich auch gern so einen. Nachdem ihr in die Jahre gekommen seid als Tote Hose, ist es so, dass man mittlerweile mit ärztlicher Begleitung auf so eine Welttournee fährt? Eigentlich schon seit eh und je. Nur hat der Arzt damals andere Sachen verteilt. Unser Doktor. Ganz klar. Aber ich glaube, da ist jetzt nichts Ehrenrühriges dran, dass wir jemanden haben, der uns aufwärmt und der sich kümmert, wenn man irgendwo eine Prellung hat oder sonst was, dass das dann abends auskuriert wird oder dass er irgendwelche Kühlbeutel auf die Knie legt. Wir können uns nicht so austauschen wie eine Fußballmannschaft. Bei uns gibt es kein Rotieren. Wenn du da 50, 60 Abende innerhalb von zwei, drei Monaten hinlegen musst, dann musst du irgendwie fit gemacht werden. Wem sagst du das? Aber ich, mein, der Unterschied zu uns ist ja, wir als Kleinkünstler stage-diven praktisch nie. Weil wir wissen, dass unser Zuschauerpublikum zu alt ist, um uns aufzufangen. Nee, es war zu wenig da. Zu wenig da und so desinteressiert an dem, was wir tun. Hast du, das machst du noch immer, oder? Oder machst du es nimmer? Das ist kein Programm, das kommt, je nachdem wie die Situation ist. Also da gibt es keine Strategie. Kommt es auch auf die Höhe der Bühne an, oder ist dir das auch wurscht? Äh, ein bisschen hat das was damit zu tun. Du hast dich doch schon ziemlich oft auch verletzt. Ihr solltet es mal probieren, das Publikum. Also die Ausrede lasse ich nicht gelten. Ich bin zu alt. Schieb da einfach den Schreibtisch ein bisschen nach vorne und probierst es. Ich versuch's einmal. Wenn das nicht klappt, dann bist du schuld. Wie macht man das? Ja, was? Das heißt, wie macht man das? Also wie geht's? Ich weiß es echt nicht. Ich hab's noch nie gemacht, oder? Ja, du musst dich auf den... Ja. Und jetzt? Sicherheitsgraben überspringen. Okay. Das heißt, jetzt springen oder was? Na ja, auf den Schulsteigen ja. Da drauf springen, da komm ich nicht hin. Kann ich's da ein bisschen näher schieben? Ja gut, mach so. Sagen wir, wir haben keinen Graben mehr. Was auch fair wäre. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Oh no. Hey! Das ist ja totalen Eich! Das ist ja totalen Eichs! Ah! Wow! Ah, herrlich. Danke. Oh, das ist geil. Oh, sehr gut. Das ist super. Also ich verstehe dich jetzt. Das ist echt toll. Ja, mach das. Aber wir haben auch ein erstens unglaublich geiles und unglaublich sympathisches Publikum. Ja. Du gibst mir jeden Namen. Ja, ja. Aber diese kleine, feine Geste, ich bin einer von euch, das haben wir heute ganz toll gemacht. Aber was? Aber Campino. Was? Was machst du? Ich habe jetzt so viele Telefonnummern zugesteckt bekommen. Was mache ich jetzt damit? Was machst du mit denen? Ich werbe die immer alle weg, ist doch klar. Da ist man Profi, aber in dem Moment muss man es ja nicht sagen. Ich gebe es dem Christus. Aber stimmt das eigentlich, das was man sich über Punks sagt, dass die tatsächlich sehr asexuell gelebt haben? Das Groupie-Tun bei Punks gab es nicht. Sexuell ist Quatsch, aber es gab keine Groupies. Das war verpönt. Also man hat gefügelt, aber auf Augenhöhe. Ja, also... So, jetzt spielen wir, ist glaube ich auch auf Ballast der Republik drauf, der neue Song, das neue Video von den Toten Hosen draußen vor der Tür. Ja. Ein kleiner Ausschnitt vom neuen Song. Ich wollte nie so sein wie du und wie du denkst. Heute merke ich immer wieder, wie ähnlich ich dir bin. Zum Glück war es damals nicht zu spät. Wir haben uns verziehen, der Wind hat sich gelegt. Die Todlosen draußen vor der Tür. Wie erklärst du dir... Ihr habt gefeiert letztes Jahr, glaube ich, das 30-Jährige bestehen. Und das war noch nie so erfolgreich wie jetzt. Wie erklärst du dir diese noch volleren Hütten, die schon gar nicht mehr voller sein konnten? Hast du einen Tipp für in die Jahre gekommene Kleinkünstler wie uns? Meine Tote Hose ist wirklich interessant. Die Alten bleiben dabei, aber es kommen ständig Junge nach. Ihr müsst einfach nur durchhalten. Also ich weiß es nicht. Wir haben uns das nie gefragt. Ich glaube, da gibt es auch nichts zu analysieren. Also man macht keine Musik für ein Zielpublikum. Man überlegt sich nicht, wie kann man Treffer landen, sondern wir versuchen einfach, das zu schreiben aus unserer Sicht, was angesagt ist. Wir machen Platten so, wie andere Leute Tagebücher schreiben. Und manchmal trifft man den Geschmack der Leute, manchmal eben nicht so sehr. Aber die Trefferquote ist relativ hoch bei euch. Es ist nicht verdient, es ist ein Riesengeschenk, was uns widerfahren ist. Und klar, wenn mir das jemand gesagt hätte, dass wir jetzt nach 30 Jahren nochmal so einen Höhepunkt haben, das ist wirklich eine feine Sache. Wir wissen es zu würdigen. Da wir aus der gleichen Stadt kommen und ich ja deswegen schon früh mitbekommen habe, mit 14 glaube ich schon, irgendwie ZK und die Opel-Gang damals. Als du damals ein junger Punk warst in Düsseldorf. Ja. Wie hättest du dich heute gefunden damals? Weißt du das? Ja, ich glaube, ich würde dem nicht jetzt unbedingt einen in die Fresse hauen wollen oder so. Vielleicht wäre das jetzt auch nicht die Art von Konzert, wo ich hingehen würde. Aber ich würde hoffen, dass der Typ von früher sagen würde, okay, kann man so machen, alles in allem okay. Damit wäre ich schon sau zufrieden. Und es ist auch sau viel. Sympathisches Anderstatement eines Rockstars. Campino, es ist sehr schön, dass du bei uns zu Gast bist. Ja, und du bleibst bitte freundlicherweise noch bei uns. Jetzt kommen zwei nette Herren zu uns. Ich glaube, Element of Crime hat auch 30-jähriges Bandjubiläum. Kann das sein? Kommt ungefähr hin, wahrscheinlich. Oder? Die sind ungefähr selbe Baujahr, ja. Und Campino, als er das letzte Mal da war, war auch mit Sven Regener da. Ich gehe nur mit dem. Echt? Ja, Campino kommt nur mit Sven Regener. Und Sven Regener kommt mit einem anderen hochinteressanten Mann, nämlich mit Leander Hausmann. Der auch nur mit Sven Regener kommt. Ein gefeierter Regisseur, ja. Und die beiden großartigen Herren haben sich ihre Leidenschaft für Blödsinn und für Albernheit nicht nur bewahrt, sondern haben das auch konzentriert. Und einen Film vorgelegt, der morgen Premiere haben wird, hier in Österreich, in Deutschland, glaube ich, ist er schon seit einem Monat draußen. Sehr, sehr erfolgreich. High Alarm am Müggelsee heißt das. Eine groteske Komödie, eine Farce. Und der Film ist so gut, dass wir die Macher dieses Films selbstverständlich gerne einladen. Bitte freuen sich über den Besuch zweier sympathischer Brillenträger. Leander Hausmann und Sven Regener. Vielen Dank. Vielen Dank.